Und wir kommen zu unserem nächsten Gast. Matthias Repper ist Geschäftsführer in der Gemeinderat in Randeck und er hat dort ein ganz einzigartiges Projekt zum Thema Glasfaserausbau vorangetrieben. Ja, lieber Matthias, gib uns einmal einen Überblick. Was hat Randeck so anders gemacht beim Thema Glasfaserausbau? Ja, wir haben ganz stark auf die eigene Initiative der Gemeinde gesetzt, wobei wir eigentlich da wirklich intensiv das Projekt selber entwickelt haben und dann auch selber umgesetzt haben. Wir sind auch Eigentümer des Glasfasernetzes, das wir in Randeck quasi jetzt gemacht haben und im Großen und Ganzen hat es uns den Erfolg recht gegeben. Wir haben letzte Woche das letzte Haus in Randeck wirklich mit Glasfaser versorgt. Das heißt, wir haben wirklich 635 Liegenschaften und alle haben zumindest ein Leerrohr oder eben auch die Glasfaser bis ins Haus und können die dann auch relativ gut nutzen. Eigeninitiative heißt, euch gehört das Netz. Hat das einen Vorteil oder warum macht es das? Wir haben das deswegen gemacht, weil wir ursprünglicherweise eben auch Teil dieser Pilotregion in Ipster werden wollten. Das ist aber dann als finanziellen und Projektgründen dann nicht mehr gegangen und haben dann einfach gesagt, okay, wir beginnen das Ganze wirklich eigenständig. Und es hat sich dann immer weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt und letztendlich ist es so weit gegangen, dass das sehr konkret worden ist. Wir haben eine relativ hohe Anschlussquoten von über 70 Prozent und das hat uns dann eigentlich umso mehr motiviert, dass wir das Netz wirklich in Umsetzung bringen. Eine hohe Anschlussquoten. Mit dem Glasfaserausbau bringst du ein extrem schnelles Internet zusammen. Braucht das der einzelne Haushalt überhaupt oder ist das übertrieben? Corona hat es uns gezeigt, dass man es wirklich braucht. Also das ist, sieht man, das Homeoffice wird immer mehr. Gerade in Pandemiezeiten Homeschooling, dann hat man drei, vier Kinder, die vielleicht daheim gleichzeitig in Internet surfen. Also die Datenrate ist schon notwendig und wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Jetzt im ersten Schritt vom Bau hat euch ja das, der Gemeinde hat das extrem viel gekostet. Zahlt sich das auch finanziell aus? Also es ist ja so, wir sehen das ganz klar als Daseinsvorsorge. Wir haben auch gesagt, wir bauen nicht nur Kerngebiete aus, sondern wir bauen vollflächig. Also jedes Haus soll einen Anschluss bekommen. Es ist ja so, dass wir das auf 30 bis 35 Jahre natürlich kalkulieren müssen, dass sich das rentiert oder zumindest, dass die Ausgaben wieder einigermaßen reingespült werden. Aber grundsätzlich ist es ja so, die Gemeinde sieht da den Mehrwert und wir bauen auch Güterwege und Strasse und so weiter. Und das sind halt die Güterwege der Digitalisierung, sage ich jetzt einmal. Also ein moderner Güterwegebau. Was hat es konkret gekostet, der Gemeinde? Also wir in Rantec sind jetzt ein paar Investitionskosten von 2,7 bis 2,8 Millionen, wobei wir ungefähr Förderquoten von ein bisschen mehr als 50 Prozent haben. Das heißt, es bleibt letztendlich so zwischen 1,3 und 1,4 Millionen, über die wirklich die Gemeinde finanzieren muss. Und wir hoffen, dass wir halt durch diese Rückgeinkünfte, was wir aus dem Netz, aus der Vermittlung des Netzes eigentlich dann lukrieren können, das auf 30 bis maximal 33 Jahre wieder rückverdienen können. Du persönlich als Geschäftsführer in der Gemeinde, da hast du ja das Projekt voll vorangetrieben. Warum liegt dir das persönlich so am Herzen? Hat es da irgendein Ereignis gegeben oder warum bist du dafür dafür? Es war ganz interessant, wie ich dazugekommen bin. Also ich war Jugendgemeinderat und 2013 sind dann einige Jugendliche auf mich zugekommen und haben gesagt, sie wollen Internetspiele spielen, aber es funktioniert nicht, weil die Datenraten nicht passen. Und du bist eh in der Gemeinde, bitte tu einmal was. Und so bin ich dazugekommen und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht, bin mittlerweile selbstständig in dem Thema und versuche halt wirklich nicht nur in Randeck, sondern auch in der ganzen Region, diesen Ausbau zu forcieren. Aber glaubst du, dass das auch zukünftig unbedingt notwendig ist, das Glasfaserbau? Man hört ja auch was anderes, also eine Funktechnologie und so weiter oder Elon Musk gibt es ja auch irgendwelche Philosophien. Ist das wirklich das Nandrus Ultra, das Glasfasernetz? Also die Glasfaser, das wissen wir, das ist für die nächsten 50, 100, 200 Jahren sicher die Infrastruktur, die am besten funktioniert und die eigentlich die beste Qualität übermittelt. Schlussendlich wird es immer einen gewissen Infrastruktur-Mix geben und es wird auch, sage ich mal, mobile Lösungen geben müssen. Es gibt verschiedenste Anwendungen, aber letztendlich das Beste ist die Glasfasertechnologie und natürlich, wenn man versucht, das bis zum letzten Hof eigentlich zu verlegen, dann ist das natürlich schon eine Infrastruktur mit einem Mehrwert und für uns ist es ausgeschlossen, dass du diese Datenmengen zukünftig irgendwie anders übertragen kannst. Ihr habt ja im Prinzip ein eigenes Süppchen gemacht in Randeck, wenn man es so sagen darf. Was würdest du vom Land bzw. von der öffentlichen Hand wünschen zum Thema Glasfaserausbau in Zukunft? Ich möchte in diesem Zuge auch sagen, wir haben nicht das Süppchen ganz alleine gekocht, sondern wir haben das ja eine große Unterstützung sehr wohl vom Land Niederösterreich bekommen und auch von der Nürkik bekommen. Wir nutzen da gewisse Infrastrukturen mit. Das ist eigentlich überhaupt die Grundlage, dass das auch in einer kleinen Gemeinde funktioniert. Wir versuchen jetzt da quasi wirklich ein Modell zu entwickeln, wo wir auch diesen Ausbau in die ländlichsten Regionen in ganz Niederösterreich oder zumindest im Mostviertel zusammenbringen. Und ich denke schon, dass uns das gelingen wird. Es wird zwar mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber ich glaube, dass man das ganz gut schaffen kann. Also der Ausbau auch in den ländlichen Regionen, das ist dein Herzensanliegen? Das ist ganz klar mein Herzensanliegen. Es ist eigentlich dort, wo es wirtschaftlich meistens keinen Sinn mehr macht, aber diese Bevölkerungsgruppen dürfen wir ganz einfach nicht vergessen. Und auch in der landwirtschaftlichen Bevölkerungsgruppen wird die Technologie immer wichtiger. Heute hat man alles mit Mökrobotern und so weiter. Alles braucht eine Internetverbindung. Das heißt, man muss das schon so sehen, dass das wirklich eine vollflächige Versorgung sein sollte zukünftig. Und meine persönliche Einschätzung ist, überall dort, wo wir heute eine Stromversorgung haben, und das ist de facto fast überall, muss es zukünftig auch eine Glasfaserversorgung geben. Ein klares Statement. Lieber Matthias, herzlichen Dank für deine Zeit.